Hallo zusammen, heute gibt es eine kleine mentale Kurzentspannung, in dem du dich einfach an eine Situation erinnerst, die dir ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Hallo, heute machen wir eine kurze Relaxation-Technik, wo du nur eine Situation erinnerst, wo du nur eine Situation erinnerst, wo du über eine Situation erinnerst, wo du schlägst. Genieße einen Moment, die Erinnerung, vielleicht ein lächelndes Kindergesicht oder Ausflüge und Situationen mit deinem Haustier. Maybe you remember the smile of a little child or situations with your animal at home. Bemerke, wie sich dein Atem verändert und wie das Lächeln sich in deinem Gesicht ausbreitet. Feel your body, your breathing and feel the smile in your face. Genieße noch einen Moment, bevor du zurückkehrst in deinen Alltag. Enjoy for a moment, before you go back to your daily routine. Ich wünsche dir einen wunderschönen weiteren Tag. Wish you a lovely, beautiful day. Bye bye. Tschüss. 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 Vielen Dank.